Diet Jamigari betreibt seit 8 Jahren das Gipsen in Frankfurt. Einer der größten Clubs in Hessen. Seit einem halben Jahr ist hier tote Hose. Jetzt will er sich vorbereiten für den Tag der Wiedereröffnung. Grund zur Hoffnung gibt ihm ein Hygienekonzept, das ausgearbeitet wurde. Zentraler Punkt dabei der kontinuierliche Luftaustausch in der Diskothek. Wir haben eine Lüftung, die 10-fachen Luftwechsel in der Stunde sicherstellt. Wir können die Menschen von den öffentlichen Plätzen im Herbst, Winter und von diesen vielen privaten Räumen ohne Lüftung oder von den Kellern oder von diesen illegalen Plätzen hin zu einer kontrollierten Situation bringen, die Nachverfolgbarkeit schafft und beste hygienische Voraussetzungen. Gestützt wird das Ganze durch dieses Rechtsgutachten. Auf 23 Seiten wird hier aufgeschlüsselt, warum die Wiedereröffnung trotz steigender Infektionszahlen vertretbar sei. 4 Frankfurter Clubs lassen sich damit von Rechtsanwalt Harald Nickel vertreten. Wir argumentieren erstens, man muss aufmachen, weil man aufmachen kann, verantwortbar. Und zweitens, man sollte schnell aufmachen, um die Leute aus dem Off der Privatveranstaltungen wieder zurück in kontrollierte Räume zu holen. Teil des Konzepts ist, dass es in Diskotheken wie dem Gibson solche Abtrennungen geben soll. Privatbereiche für bis zu 10 Personen, geschützt durch Plexiglas. Der Clubbesuch muss demnach ganz anders aussehen als vor Corona. Statt 1.500 Gäste am Abend wären das im Gibson dann maximal noch 400. Für den Hotel- und Gastronomieverband, kurz DEHOGA, dennoch eine Alternative. Das ist natürlich ein anderes Erlebnis als das klassische Tanzerlebnis. Sicherlich auch anders als das, was wir auf illegalen Partys erleben. Aber es wäre ein erster behutsamer Schritt. Viele, glaube ich, lieben ihre Clubs. Viele lieben DJs und Artisten, Künstler, die dort auftreten, es geht ums Zusammenkommen. Es geht um einen besonderen Barbetrieb im Club. Laut Landesregierung wird das Ganze jetzt geprüft. Majid Jamigari hat jedenfalls schon angefangen, den Club in kleinere Einheiten zu unterteilen. Die Insellösungen mit Plexiglas lässt er gerade schon bauen. Über die Arbeit kann man sich dann schon ein Stück weit wieder langhangeln. Da ist eine Perspektive und da ist Hoffnung. Gut 4 Wochen bräuchte er da noch bis zur Öffnung. Gesetzt den Fall, die Genehmigung kommt. Er glaubt fest daran, dass private Zonen für Clubbesucher die Lösung sind. Alles, damit die Club- und Diskothekenszene in Hessen Corona überlebt.